Oh, Alter, was geht ab, Leute? Es ist Montag, das heißt Max Out Monday. Bester Tag in der Woche und Entwicklungs-Event läuft. Das heißt natürlich, wir maxen ein paar Entwicklungs-Pokémon. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie der heißt. Wir schauen mal schnell im Pokédex nach, denn ich habe echt keinen Plan, wie der heißt. Das ist die männliche Entwicklung von Schnäppke. Oder allgemein die ohne Sinnzustellen. Hier, genau, wie heißt denn der? Fomento oder so. Für Nontor. Ja, ja, genau. Okay. Für Nontor. Da mal einen recht hohen. Lucky 100. Ihr seht, der war weiblich, der hätte auch zu dem anderen werden können. Dazu brauche ich leider noch einen weiblichen, den 100. Sollte aber kein Problem sein, sobald es mal anfängt zu schneiden. Es ist Mitte Dezember fast. Und es ist auch nie wirklich Schnee gefallen dieses Jahr. Also vielleicht am Anfang dieses Jahres, aber ihr wisst, was ich meine. Also diesen Dezember auf jeden Fall noch nicht. Ist doch echt echt warm und so. Und dann natürlich die zwei Boomy-Entwicklungen. Einmal männlich, einmal weiblich. Denn wer die letzten Videos gesehen hat, der hat gesehen, dass ich jeweils ein 100er gefangen habe. Männlich und weiblich. Aber noch nicht von jeder Farbe. Aber schon mal ein männliches und ein weibliches, das reicht erstmal. Und dann fehlen halt noch zwei weibliche und zwar ein rosanes weibliches und ein grünes weibliches. Mal schauen, ob ich das noch bekomme. Aber vielleicht ist es ja so eine Art Glücksbringer, wenn ich schon mal die anderen zwei, die Boomy's, maxe. Ansonsten noch kein Shiny von den Boomy's bekommen. Ein paar andere Sachen. Sichlor, glaube ich. Und Wiesor. Oder Zigzags, einfach mal ein. Viele haben kommentiert, dass sie das Gefühl haben, dass die Shiny-Rate recht hoch ist. Liegt aber auch daran, dass Event-Pokémon, die Event-Spawns, beinahe alles davon Shiny sein kann. Und viele von denen geboostet ist. Wie zum Beispiel Onyx, Sichlor, Sleevel und bestimmt noch irgendeiner, der mir gerade nicht einfällt. Also, ah ja. Skogla. Also eine Menge potenzieller Shinies. Und eine Menge von denen sind erhöht. Also kein Wunder, dass so viele, so viele Shinies gerade fangen. 2.090 oder was? Ne, es geht sogar noch weiter. 2.105. Ich hoffe, das wird ein gutes Jahr, aber leider ohne uns wahrscheinlich. Es sei denn, Technologie ist bisher so klasse, dass wir über 100 werden. Ich habe sogar ein 98er, Lucky. Mit dem kann ich aber eigentlich nichts anfangen. Dann, jetzt natürlich die Boomy. Die müssen wir auch zuerst entwickeln. Also erstmal das männliche. Und der ist unglaublich low. Aber, amai. Ich habe vergessen, gestern den Stempel abzuholen. Jetzt bin ich zwei Tage hinterher. Einmal in Karlsruhe, voll verplant. Weil so viel los war und gestern einfach überhaupt nicht dran gedacht. Und das ist der Dex-Eintrag. Ich habe den noch nie entwickelt. Alles klar. Das kann jetzt eine Weile dauern, denn... Ja, der war Level 5 oder so. Das ist echt leidend. Das weibliche 100er ist dann sogar ein Sand-Boomy. Sand ist ja bei uns am seltensten. Also der Blaune. Der Rosane ist halt überall. Und ab und zu taucht der Grüne auf. Das heißt, man braucht drei weibliche. Die können sich individuell in drei verschiedene entwickeln. Und alle männlichen entwickeln sich zu einem. Selbes gilt jetzt natürlich nicht nur für die 100er, sondern auch für meine Shiny-Lucky-Sammlung. Ich brauche drei weibliche. Und ein männliches, egal welches. Aber da ich noch null von denen habe, sieht es erstmal schlecht aus mit der Shiny-Lucky-Sammlung. In dem Fall. Stopptechnisch sieht es auch nicht so gut aus. Ich denke, wir fallen auf... Keine Ahnung, 4,4 vielleicht irgendwie sowas. Vielleicht ein bisschen weniger. 4,35 oder sowas. Und das ist... Es gibt, glaube ich, noch drei Max on Mondays dieses Jahr. Eins, zwei, drei, genau. Das heißt, noch mindestens neun. Wobei beim letzten... Dieses Jahr versuche ich, ein bisschen mehr drauf zu holen. Das heißt, bisher noch fleißig sammeln und Stopp-Farmen. Wenn zweiter so läuft und weiter so runter sinkt und fällt, Ja, man hat nicht mehr viel Stopp. Bis dann... Aber... Ja, jetzt dann fehlt halt echt nicht mehr so viel, was gemaxen werden kann. Ich bin echt gespannt. So nah sind wir uns mit dem Ziel. Also von den Sachen, die... Ich versuche ja erstmal die Sachen, die es in Shiny gibt, zu maxen. Und... Kann ich mal sagen, was da noch so fehlt, ungefähr. Solange wir hier den hier maxen. Es fehlt noch Pikachu, aka Gaichu. Da warten wir aber noch, weil ich will, dass das der letzte von Gen 1 ist, den wir maxen. Alola Sandan. Ne, ne, den habe ich. Alola Dicta. Alola Dicta. Alola Kokowai. Alola Slimer. Das sind die drei, genau. Alola Vulpix auch, aber den gibt es noch nicht, Shiny. Wo, wie heißt denn der nochmal? Wohin genau, genau. Wohin genau. Dann... Flunkiefer. Tohaido. Luner Stein. Sonnfeld. Ich weiß den Namen nicht, von dem einen, ich weiß so viele Namen nicht. Das ist diese Gesteinspflanze. Menschenfressende Gesteinspflanze da. Ich weiß ja viel, was ich meine. Absol fehlt noch. Ligi Rock, Ligi Eis. Auch die zwei letzten Legendären, die ich noch nicht gepuscht habe. Ähm... Scheinlox fehlt noch. Trifflon fehlt noch. Bronzel fehlt noch. Also das sind die, die es bereits Shiny gibt, und ich mache es mal selber. Und das war's. Das war's. Ich zähle nochmal kurz zusammen. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Ungefähr fünfzehn. Das ist halt echt beinahe nichts mehr. Und dieses Wochenende ist auch noch der ultimative Seaday, der Dezember Seaday, beziehungsweise zwei. Das ist ja Samstag und Sonntag, werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Da habe ich aber schon alles gemaxst offensichtlich. Aber hunderte könnte ich noch gebrochen, Knackleon und Kindwohn. Da habe ich jeweils nur ein 98er. Aber gemaxst habe ich von den ganzen Sachen alle Sprints. So, sind wir mal bald fertig mit denen. Oh Mann ey. Wir sind erst bei acht Bohmungs. Und nach dem Seaday kommt wahrscheinlich noch ein fettes Weihnachtssiland. Zumindest hoffe ich das. Bin echt gespannt drauf. Noch nicht irgendwas mit Staub. Wir brauchen noch mehr Staub zum Ausgeben hier. Wegballern hier. Alles muss weg. Alles muss gemaxst werden. Das fehlt nur noch so wenig. Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann müssten wir eigentlich die Gents einholen. Viele haben ja die Bedenken, dass immer nur mehr Pokémon kommen und nicht, dass mein Ziel nie erreichen würde. Aber wenn es so weitergeht in dem Tempo, dann sollten wir das eigentlich schon schaffen. So, letzter Push. Endlich. 18, 15. Eigentlich nicht so gut bisher. Max, der Männliche. Jetzt kommt noch das weibliche, zumindest in Brown. Auch zum ersten Mal entwickelt. Ich habe bisher nur einen großen Nern in Lucky entwickelt. Für den Lucky Decks. Aber Lucky Decks ist ja auch gegessen. So. Rv-Check nochmal hier schnell für euch. Bam. Den können wir auch noch schnell maxen. Dann war es das. Heute keine Box am Start. Leider. Nur altmodisch einfach drei Pokémon maxen. Der ist auch relativ low. Also zwei braucht er gerade noch. Das heißt, der braucht auch Ewigkeiten. Bis der Max ist. Das läuft wahrscheinlich im Schnelldurchlauf dann. So langsam wie. Und so lange wie das noch braucht. Oh. Und ich habe eine krasse Überraschung noch. Fällt mir gerade ein. Ach egal. Mehr dazu demnächst mal in dem Video. Check das Video von morgen oder so. Das läuft vielleicht ein? 찍 Nadal. Also. Ich hab es mir gerade mal Store-B Biogình mal in dem Video. Los joyısertes. Also, ich habe es mir alle Mist. so gleich haben wir es endlich und das weibliche ist schon mal schwächer und ist kein rosa oder grün reingekommen und letzter push, viel viel schwächer ist es sogar 17,73 jetzt müssen wir noch baumuck sammeln um die anderen zwei falls wir die bekommen zu maxen aber das war es ein männliches und ein weibliches plus zehn anderen kerl da wie auch immer der heißt das war's von mir leute und den max aneinander schreibt gerne unten den kompanel was ihr gemakst habt ansonsten will man liken, subscriben, kommentieren, checkt die videos ab, folgt mir auf instagram, facebook, twitter, checkt den shop ab, vergesst nicht pokémon ist hier das business